... Hallo? Werden wir farmen? Ich hab' nicht gewarnt, du wirst jetzt erschossen. Ich hab' nicht gewarnt, du wirst jetzt erschossen. Nice. Oh doch. Da ist ein Troll, Alter. Ist bestimmt diese Etappe, oder? Ja. Ich hab' nicht gewarnt, nicht in unsere Fahrzeuge einzusteigen. Nee, ja, sorry, ich dachte, du wärst an der Troll, ich wusste nicht, sorry. Weiß nicht. Nein, ich will. Du bist nicht eingeloggt. Doch, ich muss jetzt irgendwie abreagieren. Ja, ich weiß nicht, ob es regelkonform ist. Ist es nicht. Was ist es nicht? Außer, es ist nicht regel... Achso, ihn zu erschießen dürft ihr. Ihr müsst ihn nur nochmal sagen, von wegen... ...das, was du falsch gemacht hast, deswegen bist du tot. Ja, dann. Happy Fragging. Stefan Schengen gehört zu. Wie er einfach die scheiß Kopfschüsse überlebt. Der ist eventuell gerade diesel... ...gelockt. Ja, er kommt gelockt. Ja, er kommt gelockt. Wer heißt der? Get owned. Äh, ne, Microsoft. Der treut den ganzen Tag. Das ist irgendein richtig kleines Kind. Ja, Microsoft ging in die Lobby, ja. Okay. Okay, dann...